Feuilleton, Fastnacht im Führerbunker, Volkstum und der Feindbeschuss Zeitgeschichte im Spiegel Nummer 4, 2012, Seite 106, Zeitgeschichte Michael Wulzinger Kampf der Farben Beim Weitsprung der Olympischen Spiele 1936 in Berlin sollen der deutsche Lutz Long und der US-Athlet Jesse Owens Freunde geworden sein. Alles nur Legende? Die Vorbemerkung Ehe nicht immer und überall alles und jeder, der zwischen 1933 und 1945 sein Wesen trieb, mit Kaskaden von Jauche besudelt und im Kot begraben ist, geben ganze Heerscharen von Historikern, Soziologen, Literaten, Journalisten oder wer auch immer ihrer werden wie der Holocaust-Überlebenden ständig mehr im Soll der politisch korrekten Berufslüge steht, keine Ruh. Wie auch? Leiten sie davon doch ihre jämmerliche Existenz, Macht, Freunde und Prestige her. Vor allem, wenn es um den apokalyptischen himself geht, kennt das induzierte Irresein keine Grenzen. So kam unlängst die Krefelder Zahnärztin Debrim Hennen mit der Dissertation »Dentist des Teufels« nieder. Wer des Teufels ist, liegt auf der Hand. Beim Dentisten handelt es sich um dessen Leibstomatologen Glaschke. Schon deprimierend, was die Henne da vorgackert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Adolf Hitler starken Mundgeruch gehabt hat. Er, Nichtraucher, abstinenter Vegetarier, hat sich sehr schlecht ernährt und litt unter Parodontose. Klar, dass das nen Doktorhut wert ist. Mundgeruch? Parodontose? Da ist Thomas Webers Hitlers erster Krieg ebenfalls brandaktuell anderen Kalibers. Hitler, Tatsachen hin oder her, zum Feigling degradieren, hieß der Auftrag. Und, hast du nicht gesehen, schon mutiert der Meldegänger des Regimentsstabs, der, auf sich allein gestellt, zwischen allen Linien desorientiert, selbst der fragilen Deckung des Schützengrabens enthoben, auf einem der grauenhaftesten Posten stand, den der Erste Weltkrieg zu vergeben hatte, zum allseits verachteten Etappenschwein. Zweimal eisernes Kreuz erster Klasse, für todesverachtendes Draufgängertum und Verwundungen? Pah! Im Fluge weggehascht, den mit der Schaufel breitgeworfenen Giftgasorden. Karl Dietmers und Markus Leifels wiederum kommen auf den 222 Schnapszahlseiten ihres Alav und Heil Hitler Karneval im Dritten Reich, das unlängst und täglich grüßt das Murmeltier, bei Herbig zum München erschien, zu der epochale Erkenntnis, dass Narren Nazis nicht närrisch fanden und, jetzt kommt's, widerstandslos hinnahmen, dass 1938 erstmals die Jungfrau des Kölner Dreigestirns, seit jeher ein kostümierter Mann, durch, man fasst es nicht, eine Frau dargestellt wurde. Denn durch diese Ungeheuerlichkeit desorientierten Autoren lässt man da schon mal durchgehen, dass Göring, der in einem Karnevalsgedicht als fetter Hering verspottet wurde, der höchste SA-Führer gewesen sein soll. Das Zeug dazu, muss man Karl und Markus zugutehalten, hatte er jedenfalls. Taikis Würger auch, zu höheren Spiegelweihen, überraschte er doch in Ausgabe 23, 10, Seite 48 mit dem Brüller, dann brach der Krieg aus und die SS strich alle Maibäume, auch die vor seinem Kopf, weiß, weil das bayerische Weißblau nicht deutsch genug aussah. Sollte noch immer jemand dem Wahn verfallen sein, sein Vater, Onkel oder Großvater sei als Soldat der deutschen Wehrmacht dem an der Grenze aufmarschierten bis an die Zähne bewaffneten Millionenheer der Roten Invasionsarmee in den Arm gefallen, um zu verhindern, dass der kommunistische Genickschussmordblock bis zum Atlantik vorrückt und Stalins Blutrausch ganz Europa überzog. Dem sei Sönke Neitzels, Harald Welsers Soldaten Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben aus dem Fischer Verlag wärmstens ans Herz gelegt. Ihr Auftrag? Das zu schaffen, was Reemsma's verlogener Wanderausstellung nicht gelang, endgültig den Mythos der sauberen deutschen Wehrmacht zu begraben und so viel den Autoren, wie das Schicksal so spielt, aus britischen und amerikanischen Archiven nach 70 Jahren Germans first, schwupps, die Sensation von 150.000 Abhörprotokollseiten in den fruchtbaren Antifa-Schoß. Dort steht geschrieben, was man 13.000 deutschen Kriegsgefangenen in verwandten Speziallagern so alles ablauschte. Der Pilotenpersönlichkeit Bäumer zum Beispiel. Da haben wir vorne eine 2-Zentimeter-Kanone einbauen lassen. Dann sind wir im Tiefflug über die Straße und wenn uns Autos entgegen kamen, haben wir, ob mit Fern- oder Abblendlicht, lassen die Autoren offen, den Scheinwerfer angemacht. Die dachten, es käme ein Auto entgegen. Dann haben wir mit der Kanone reingehalten. Das war sehr schön. Das machte riesigen Spaß. Oder Oberleutnant Hartix vom Jagdgeschwader 26, dem im Januar 1945 auf Feindflug nach England befohlen ward, auf alles zu schießen, nur auf nichts Militärisches. Und der mit Genugtuung berichtete, wir haben Frauen und Kinder mit Kinderwagen umgelegt. Kinder mit Kinderwagen? Doppelkinder sozusagen. Klein Eve, die ihr Brüderchen Austin ausfuhr. Und die Munitionsfabrik, im Gegensatz zu Neitzel und Welsers Geisteszustand, blieb heil, was die nicht daran hindert, das gewünschte Ergebnis auf dem Tablett zu servieren. Die Judenvernichtung, so lässt sich bündig zusammenfassen, ist Bestandteil der Wissenswelt der Soldaten. Und damit das auch so ist, muss die Shoah wieder mal umziehen. Erst aus den Lagern des Altreiches, wie Dachau, in die der besetzten Gebiete und dann endlich Püü im Viermillionen Auschwitz angekommen, aus den Krematorien in die Friedhofmeierschen Bauernhäuser außerhalb des Lagers. Und nun das. Von den rund 6 Millionen Opfern des Holocaust endete ebenfalls die Hälfte in Vernichtungslagern. Etwa 3 Millionen Menschen starben in den Ghettos oder wurden von Hand umgebracht, häufig durch Genickschuss. Damit die Wehrmachtsoldaten, wenn sie nicht schon von Hause aus dabei waren, wenigstens davon wussten. Tatsächlich setzte in den eroberten Gebieten ein regelrechter Exekutionstourismus ein. Zum Zuschauen und Mitmachen, Imbiss- und Erinnerungsfotos inklusive, ein Priestchen Zyklon B gefällig, Vati, Opi und Onkel jedenfalls mit dem Mann. Doch zum Titel. Wer keine Achte in den Olympischen Ringen hat, schnallte längst, dass es sich bei den 1936er Spielen in Berlin um eine reine Propagandaschau arischer Rasseüberlegenheit handelte. Perfekte Organisationen, Neuerungen wie Fackellauf und Olympisches Dorf, auf Völkerverständigung abzielende Hymne und Eid, Teilnahme von Juden und Kommunisten in der deutschen Mannschaft, ein Weltfriedensfest, wie offiziell betont, und erstmals über Fernsehen und Rundfunk in aller Herren Länder übertragen? Nichts da. Wehrertüchtigung und Mobilmachung im Dienste des Endsiegs. Auch wenn von Kriegsgefahr, das kranke Hirn Churchills mal ausgenommen, weit und breit nichts zu sehen war. So weit, so gut, so politisch korrekt. Wenn sich da nicht Olympia-Held und Publikumsliebling, der schwarze US-Amerikaner Jesse Owens bis zu seinem Tod 1980 der NS-ungetrübten Freundschaft zum deutschen Weitspringer Lutz Long berühmte. Der hatte ihn nach seinem Sieg vor 100.000 Zuschauern als erster beglückwünscht und umarmt. Umarmt? Der Herrenmensch den Neger? Unter den Augen des Ultimativen, der ihm zuwinkte und später gar, wenn auch nicht in seiner Loge, das hatte das IOC untersagt, die Hand reichte? Im Rassistendeutschland ohne jede Diskriminierung gefeiert? In den Schmilztiegel USA anlässlich seines Empfangs zu seinen Ehren auf den Lastenaufzug verwiesen? Vom Präsidenten weder empfangen noch beglückwünscht? Otto und Jesse. Nicht Hitler hat mich brüskiert, sondern Franklin D. Roosevelt. Der Präsident hat mir nicht einmal ein Telegramm geschickt. Mehr als Spiegel-Wulzinger ihn peitscht der Ekel ertragen kann. Das Weitsprung-Duell zwischen Lutz Long und Jesse Owens gehört zu den legendären Wettkämpfen der Leichtathletik-Geschichte. Die Nazis hatten es in ihrem Rassewahn zum Kampf der Farben aufgerufen und, damit es auch der letzte NSU-Dödel auf den Kessel zieht, Long sollte der Welt die Überlegenheit des nordischen Herrenmenschen vor Augen führen. Kampf der Farben? Davon ist zwar in den Annalen der Spiele kein einziges Wort zu finden, wohl aber Goebbels freundliche Ermahnung. Wir müssen charmanter als die Pariser sein, leichtlebiger als die Wiener, lebhafter als die Römer, kosmopolitischer als die Londoner, praktischer als die New Yorker. Das aber geht Wulzinger, der zweckheiligt die Lüge, glatt am Gemainstreamten vorbei. Und so hat er, wie Neitzel und Wälzer mit ihrem 150.000 Seitenfund, das Glück des Skrupellosen auf seiner Seite, taucht doch, kaum dass 75 schlappe Jahre ins Land gegangen sind, justament eine unveröffentlichte Quellensammlung auf, in der Longs Mutter aufpinselte, dass ausgerechnet Friedensfalke Rudolf Hess ihrem Lutzbefall nie wieder einen Neger zu umarmen. Für Wulzinger die Hölle, dass Jesse den Lutz trotzdem seines besten Freund hieß und ihm neben seiner Frau die Autobiografie schwarze Gedanken widmete, während Long seinen letzten Brief von der Front mit Dein Bruder Lutz unterschrieb. Wenn man schon Long, er erlag im Juli 1943 auf Sizilien einer Kriegsverwundung, nichts am Freundschaftszeuge flicken kann, so gilt es eben, Owens vorzuführen, bekannte der doch noch 40 Jahre nach Berlin bei den Spielen in Montreal, ich liebte Lutz Long wie einen Bruder. Bei Retiraden Wulzinger liest sich das, mit Bezug auf die wundersame Quellensammlung, so. Doch auch hier finden sich keine Belege für die von Owens besungene wunderbare Freundschaft. Und an anderer Stelle, Owens befeuerte den Mythos der Seelenverwandtschaft mit dem Deutschen bis zu seinem Tode 1980. Doch es gab immer auch Zweifel an den Erzählungen des US-Amerikaners. Denn mit der Nennung seiner Quellen nahm er es nicht so genau. Wie jetzt? Kein Freundschaftsbeleg? Keine Kameradschaftsquittung? Keine Zuneigungsbuchführung? Und schon ist sie suspekt und verächtlich, die berührende, tragische Beziehung zwischen zwei großen Athleten. In Stasi-Manier zersetzt, mit Antifa-Jauche besudelt, im Correctness-Code begraben, die Berliner Spiele gleich mit. Und damit das Grauen kein Ende nimmt, suchte soeben Marquardt Herzog, Historiker, was denn sonst, den Brechreiz gewürgten Leser mit Blitzkrieg im Fußballstadionheim. Ein gefundenes Spiegelfressen in Ausgabe 6.12, Seite 138. Er, Fußball-Sportbereichsführer Oberhuber, verordnete den bayerischen Klubs ein offensiveres Schema, ohne zurückgezogenen Mittelläufer. Autor Herzog meint, er habe sich an der Blitzkrieg-Strategie des Hitler-Regimes orientiert. Die Deutschen seien ein Volk von Kämpfern und Angreifern, argumentierte Oberhuber. Nur Angriff bringe Persönlichkeiten hervor. Eine Frage der Zeit, bis der erst Reichs, später Bundestrainer Sepp Herberger seiner NSDAP-Mitgliedschaft entlarvt wird und Deutschland den 1954er-Weltmeistertitel zerknirscht zurückgibt. Was aber wird aus der gewinn- und prestigeträchtigen NS-Verdammungs- und Verteuflungsindustrie, wenn das Wunder des Auftauchens immer neuer Sensationsdokumente ausbleibt? Auch dafür hat der Spiegel in Ausgabe 4, 12, Seite 110, eine Antwort. Gerhard Spörl Was tun sie mit ihrem Volk? Eingangs spielt auch hier ein Quellenfund die Rolle. Die Chronik des Judenghetto zu Lodsch erstellt in Verantwortung des Präses des dortigen Judenrates Chaim Rumkowski alles Bestens, sollte man meinen, der zieht vom Leder, dass das Reichssicherheitshauptamt wackelt, denn schließlich handelte es sich bei der Chronik um eine Kombination aus Tagebuch und Statistik, geschrieben für die Nachwelt. Darin stand, was Tag für Tag passierte. Gleichwohl, aus der Sicht der Historiker ist die Chronik allerdings eine zweifelhafte Quelle, denn es mangelt ihr an Objektivität. Daran ist der Judenratschef schuld. Rumkowski besaß, zu ehrlich, um objektiv zu sein, noch einen anderen dunklen Charakterzug. Er vergewaltigte Frauen und Kinder beiderlei Geschlechts. Er war ein Monster. Klar, dass er die Ghetto-Chronik vermasselte. Der schwedische Schriftsteller Sam Sandberg nicht. Er nahm sie als Vorlage zu seinem eindrucksvollen Roman Die Elenden von Lodsch, was aber ein Hemmnis für den Historiker sein mag, eröffnet dem Schriftsteller ein freies Feld und Sam Sandberg beackert es konsequent, indem er die Wahrheit unterpflügt, als ob es auf die ankäme. Denn man fasst es nicht. Es muss ja kein Schaden sein, wenn das Monopol der Historiker fällt. Der Schriftsteller vervollständigt das Bild. Er verhilft der Wahrheit durch fiktive Ergänzung zu ihrem Recht. Wie der Franzose Laurent Binet in Ein Titel, der für Himmlers Hirn heißt Heidrich steht und Hirnloses erwarten lässt. Oder der Amerikaner Timothy Snyder in Platzland. Auch hier spricht der Titel Bände. Von des Juden Jonathan Little, die Wohlgesinnten ganz zu schweigen. Allein in Frankreich 800.000 Mal verkauft, mit dem begehrten Literaturpreis Rijoncourt ausgezeichnet. Warum auch nicht? Alltag in Deutschland. An den Wänden klebten Fetzen von Hirnmasse, mit Haaren und Knochensplittern vermengt. Auf dem Boden, wo man die Leichen entlang gezogen hatte, waren breite Spuren geblieben, in die man hineinplatschte. Und dass die zentrale Figur, Obersturmbann- Führer Aue, zur persönlichen Leibstandarte Adolf Hitlers gehörend, nicht nur Freund und Mutter abmurkst, ist der Zwillingsschwester besorgt, sondern noch mit Sperma im Arsch Juden ins Massegrab schießt, versteht sich von selbst. Jedenfalls für Spiegel, der diese auf 1400 Seite geronnene, an Widerlichkeit unerreicht, sich in Fäkalien, Blut, Eiter, Hirnmasse, Knochengranulat, Sperma, Scheiden und Verwesungsflüssigkeit, wälzende Perversion in seiner Alexandra-Senf- Rezension vom 15. Februar 2008 als brillant, aufwühlend und lesenswert pries. Unerreicht? Bis heute. Die Übernahme der Deutungshoheit über zwölf Jahre deutscher Geschichte durch Literaten lässt großes hoffen. Waren sich doch bereits die Historiker für nichts zu schade? Friedensnobelpreisträger Eli Wiesel in die Nacht, Erinnerung und Zeugnis. 2009 bei Herder neu aufgelegt, live aus Auschwitz. Säuglinge wurden in die Luft geschleudert und von Maschinengewehren aufs Korn genommen. Nicht weit von uns entfernt loderten Flammen aus einem Graben empor. Riesige Flammen. Dort wurde etwas verbrannt. Ein Lastwagen näherte sich dem Erdloch und schüttete seine Ladung aus. Es waren kleine Kinder. Säuglinge. Ich hatte sie mit eigenen Augen gesehen. Ja doch, Alien, möchte man hinzufügen. Ganz deutlich. Fußballplatz und Schwimmbad auch. Und das unter den Klängen der, wie in Vernichtungslagern üblich, sechs Häftlingsorchester, ehe sie mit ihren Bewachern vor den Befreiern heim ins Reich flohen. Oder Eugen Kogon, Aktivist der ersten Holostunde im Klassiker der SS-Staat. Bereits 1946 erschienen, allein in Deutschland 500.000 Mal verkauft. Das fünfte Krematorium hatte keinen Ofen, sondern eine riesige Glühplatte. Die Opfer wurden nackt davor aufgestellt und von der SS abgeknallt, sodass die Kadaver oder Verwundeten gleich in die Glut fielen. Der Lagerkommandant Kramer ließ sich keine dieser Massenexekutionen entgehen. Er stand mit strahlendem Gesicht dabei und schlug sich vor Vergnügen auf die Schenkel. So viel KZ-Porno muss sein. Gern stellte SS-Oberscharführer Moll, der die Auschwitzer Krematorien leitete, nackte Frauen an die Glühgrube, um sie nach Unterleibsschüssen in das Feuer stürzen zu sehen. Und weiter, eine italienische Tänzerin ließ der Rapportführer Schillinger nackt vor dem Krematorium tanzen. Soweit die Wahrheit der Geschichte. Auf die der Literatur